heute was geht ab leiton hier moment wir haben hier gerade ein gast was geht ab man zwar habe ich davon heute morgen erfahren sehr spontan ist da hinten irgendwo irgendwas mit japan tag annehmen ja mann da ist auch gerade saske an mir vorbeigegangen aber ein mädchen verkleidet als saske also schauen wir mal was da abgeht wie mich so aus den toten wieder auferstanden hat mich gerufen wollte pokémon spielen gehen so ja schauen wir mal ich wollte da vielleicht vorbeischauen können wir auch ein bisschen nebenbei zocken jetzt hat er noch schon gerufen nico vielleicht auch am start mit tvt wieder zusammen tvt come back tvt vereint jetzt hat heute react react zu was man alles kommt wieder alles kommt wieder ins licht alles kommt wieder ins licht es gibt keine geheimnisse oh mein gott tati wo bist du alex wo bist du von kameras jubiota tasche ordner sind drin so etwa fb dimi wie immer zu spät schau woher schaut schau woher fall hier los geht's angekommen warte mal zeig mal kurz Ja okay, ich kann nicht zoomen, also seht ihr gar nicht so viel. Wir gehen schon noch näher ran. Ob der echter Asiater oder? Ja, ich kann nicht echter Asiater. Zweieinhalb, was wir haben. Sehr gerne, wer ich da gefangen hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schauen wir mal. Mein Gott, das ist ein Monster Pikachu. Mit dem müsste ich eigentlich ein Foto machen für den Channel. Hey, mein Channel ist jugendfrei. Vorsicht. Ich glaube, wir sind zu spät dran Leute. Obwohl es eigentlich erst kurz zu 4 ist, aber okay. Egal. Schauen wir uns ein bisschen um. Danach wollte die mir eh Pokémon spielen. Chong muss wieder illegale Glücksspiele machen. Wer dazu demnächst auf seinem neuen Channel. Schauen wir mal. Schon ein paar coole Verkleidungen hier gesehen. Ich kippe den 10er, wenn du in der Basel musst. Okay, mein Gott. Ich kippe den 10er, wenn du in der Basel musst. Okay, scheiß noch kippe den 10er. Oh mein Gott. Ich kippe den 10er, aber ich gaye. Der war zuerst. Das war gut. Erdlich über Bleach. So. Es hat angefangen zu gegnern. Es gibt ein bisschen Tumult hier. Vielleicht fährt Kahn kein Hegen. Was geht ab, Dimi? Nicht viel, man. Schlechtes Wetter. Echte Enttäuschung, weil wir zum Schluss jetzt gekocht sind. Aber naja, ein bisschen was Lustiges schon gesehen. Bleibt bald schon. Das war echt cool, man. Schöne Ambiente. Schöne Ambiente. Coole Location. Schöne Leute. So. Jemand hat das Spiel wieder installiert. Erzähl mal, was da passiert ist. Ich dachte mir, ich hab jetzt eh einen Jobwechsel. Hab wieder regelmäßige Arbeitszeiten. Dachte ich mir, okay, seh ich eh nie. Weil ihr eh immer an einem Spiel hängt. Dachte ich mir, Scheiß drauf. Dann häng ich mit euch. Ein Ballspiel hängst du nicht? Ja. Oh mein Gott, dein ist eine ganz andere Sucht, man. Lass mich mal in Ruhe. Wann hast du das letzte Mal gespielt? Vor achteinhalb Monaten. Oh mein Gott, was war da so aktuell? Was war aktuell? Kann mich gar nicht erinnern. Lugia Raid war neu. Oh mein Gott, das war sogar vor einem Jahr. Dieses Wochenende war Jahrestag. Ah okay, Lugia Raid war neu. Ja. Die drei legendären Vögel waren noch da. Ja, okay. Oh mein Gott. Das war's. Das war so das Neueste. Jetzt habe ich erfahren, es gibt Tauschfunktionen. Ja, tauschen. Ja, hab ich schon gesehen. Das gibt's echt. Ja, es gibt Tauschfunktionen. Nee, das gibt's noch nicht. Jetzt kommt allerdings gucken wir uns in der Switch. Ja, das schon. Man kann ein Geschenk an Freunde schicken. Freunde, ja. Man kann an Freunde hinzufügen. Das Wetter haben sie jetzt neu gemacht. Wetter, ja. Ja. Mega Sachen. Ja, und sonst habe ich jetzt glaube ich noch nichts Neues entdeckt. Ah doch, diese Missionen. Missionen, ja? Hast du schon eine Mew? Nee, ich habe erst zwei Missionen geschafft. Genau, Missionen. Einmal gibt's die große für Mew und dann gibt's diese Fail-Missionen. Dann gibt's auch jede Woche eine. Genau, das habe ich gesehen. Genau. Das ist ein ganz cooles Feature, finde ich. Das ist so nebenbei nochmal. Genau. Ja, das habe ich jetzt gesehen. Ansonsten ist glaube ich so ziemlich alles gleich geblieben. Ja, und genau, sie haben, was bei mir auch noch nicht gehabt, sie haben eine Eibrutmaschine mit dreimal zu benutzen dazu geführt. Das gab's bei mir noch nicht. Du meinst ein super Inkubator? Ja, genau. Und der hat auch weniger Kilometer habe ich gesehen. Ja, ja. Schon gut. Schon praktisch. Aber der Rest ist noch da, genau. Sonst eigentlich nichts Neues. Ja, doch. Was ist dieses Sternstück? Was ist das? Mal 1,5 Sternstaub. Also wie Glück sei nur mit Sternstaub. Ja, das ist ja geil. Ja, das ist ja gut, wenn du zum Beispiel einen neuen Eier brütest. Ja. Dann schmeißt du das gerne, dann kriegst du nochmal. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Genau. Das ist schon ziemlich coole Sachen. Also vielleicht wird das Spiel jetzt für mich auch interessanter. Ja. Momentan haben wir auch echt eine Menge Events groß oder so. Richtig. Ja, das ist ein bisschen langweilig. Dann frage ich mich auf dieses 3x Sternstaub Event. Ja. Sea Day, viele Shinies. Richtig. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall. Man sieht sich dann auch wieder öfter. Ist auch schön. So. Wir haben ein Foto gemacht. Checkt das auf Instagram ab. Fakt ihr da. Ja und ja. Wetter ist ziemlich schlecht. Schauen wir mal, was wir sonst noch so machen. Ja. Also. Gehen wir runter zurück rein? Eine war trotzdem lustig. Heide, wie sehr uns? Ciao. Heide auch, wie sehr uns? Heide. Ciao Zuschauer. Ja. War ganz lustig. Schauen wir mal, was sonst noch so geht. Dimi ist zurück angeblich. Oh mein Gott. Das nächste Mal länger. Ja beim Zapdos Day wird er am Start sein. Schauen wir mal. Das war's. Das war's. Das nächste Mal länger. Das war's von mir. Dimi wieder am Start. Mal schauen, wie aktiv er sein wird. Nächste Woche Samstag. Zapdos Day. Ist auf jeden Fall da. Am Start. Zumindest für 5 Raidpässe. Danach schauen wir mal. Auf Shoutdown und Chong. Schön, dass er mal wieder dabei war. Und ja. Das war's von mir eigentlich. Will mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen wie es ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neue Preise in eurer Shop. Lohnt sich auf jeden Fall. Und vergesst nicht. Pokémon ist gut. CS Business.